Kennt ihr das auch? Manche Leute in der eigenen Verwandtschaft sind so seltsam, dass man sich fragt, ob man tatsächlich mit denen verwandt ist. Auch in der biologischen Systematik geht es oft um Verwandtschaftsfragen. Allerdings dreht es sich hier normalerweise eher um die Verwandtschaft zwischen verschiedenen Arten oder Gruppen. Will ein Biologe herausfinden, ob zwei Arten verwandt sind, ist ein wichtiger Anhaltspunkt der Vergleich zwischen den Bauplänen, also dem Körperbau der betrachteten Lebewesen. Ursache für die Ähnlichkeit eines Merkmals ist oft die Abstammung von einem gemeinsamen Vorfahren. In diesen Fällen spricht man von Homologien. Ähnlichkeiten können aber auch bei nicht näher verwandten Gruppen durch die Wirkung ähnlicher Umweltbedingungen entstehen. Diese Entwicklung führt zu Analogien. Als Beweise für Verwandtschaft können nur Homologien gelten. Sehen wir uns die Homologie und die Analogie doch jetzt mal genauer an und schauen, wie man die beiden unterscheiden kann. Als Homolog bezeichnet man Organe und Strukturen verschiedener Organismenarten, die aufgrund eines gemeinsamen Ursprungs Übereinstimmungen in Aufbau und Lage zeigen. Die Ähnlichkeit homologer Merkmale geht auf einen gemeinsamen Grundbauplan zurück, der in der DNA verankert ist. Da sich die Grundbaupläne aber von einem gemeinsamen Vorfahren ausgehend oft unterschiedlich, also divergent, entwickelt haben, können homologe Merkmale verschiedener Arten ganz unterschiedliche Funktionen und Aussehen haben. Ein gutes Beispiel sind die Vordergliedmaßen der Wirbeltiere. Durch Anpassung an verschiedenste Lebensweisen haben sich völlig unterschiedlich aussehende, aber natürlich immer noch homologe Strukturen entwickelt. Um Homologien auch bei so stark abgewandelten Organen eindeutig erkennen zu können, wendet man die drei sogenannten Homologie-Kriterien an. Dazu zählt das Kriterium der Lage. Strukturen sind dann homolog, wenn sie oder ihre Einzelbestandteile im Körper der Organismen die gleiche Lage einnehmen. Ein Beispiel dafür sind die Mittelhandknochen der Wirbeltiere. Nach dem Kriterium der Stetigkeit sind Strukturen homolog, wenn sie über eine Reihe von Zwischenformen voneinander abgeleitet werden können. Die Entwicklung der einstrahligen Füße der heutigen Pferde aus den fünfstrahligen Füßen früherer Vorfahren ist beispielsweise lückenlos nachvollziehbar. Das Kriterium der spezifischen Qualität sagt aus, dass Strukturen homolog sind, wenn sie sich aus vergleichbaren Teilstrukturen zusammensetzen und in zahlreichen Einzelheiten übereinstimmen. Ein echt verblüffendes Beispiel sind Haischuppen und unsere Zähne, die in vielen Strukturen und im Baumaterial übereinstimmen. Schon wenn eines dieser Kriterien erfüllt ist, dürfen sich die betrachteten Merkmale homolog nennen. Als Analogien bezeichnet man Organe und Strukturen verschiedener Organismenarten, die keinen gemeinsamen Ursprung haben, aber durch konvergente Entwicklung eine ähnliche Gestalt und Funktion annehmen. Zur konvergenten Entwicklung kommt es durch gleichen Selektionsdruck in ähnlichen oder gleichen Lebensräumen. Analogien beruhen also nicht auf einem gemeinsamen Bauplan und geben deshalb keinen Hinweis auf stammesgeschichtliche Verwandtschaftsbeziehungen. Eines der bekanntesten Beispiele für eine Analogie sind die Grabschaufeln des Maulwurfs und der Maulwurfsgrille. Der Grundbauplan der Struktur ist beim Wirbeltier Maulwurf und beim Insekt Maulwurfsgrille komplett unterschiedlich. Durch die Angepasstheit an das Leben unter der Erde hat sich aber eine deutliche äußerliche und funktionelle Ähnlichkeit entwickelt. Zumindest in der Biologie lassen sich Verwandtschaftsangelegenheiten also ganz gut klären. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Merkmale, die auf einen gemeinsamen Grundbauplan zurückgehen, bezeichnet man als Homolog. Homologe Merkmale können sich divergent entwickeln. Die drei Homologie-Kriterien sind das Kriterium der Lage, das Kriterium der Kontinuität und das Kriterium der speziellen Struktur. Merkmale mit anpassungsbedingt gleicher Funktion und ähnlichem Aussehen, aber unterschiedlichem Bauplan bezeichnet man als analog. Eine solche gleichgerichtete, aber unabhängig voneinander verlaufende Entwicklung wird konvergent genannt. Homologien können als Beweise für die Verwandtschaft verschiedener Gruppen gewertet werden. Untertitelung des ZDF, 2020